Im letzten Video habe ich euch ja ein paar Isekais gezeigt, welche ausnahmsweise mal gut sind, also geht es in diesem Video damit weiter. Das hier ist sogar so eine Art Special Edition, da ich euch heute nur Videospiele Isekais vorbereitet habe, also Dinger, wo zum Beispiel der Main Character in ein Spiel reingezogen wird, halt sowas wie Overlord oder Sword Art Online. Jedenfalls habe ich mir immer ein paar Folgen von den Animes gegeben und einer davon ist sogar in meiner Top 5 Isekai Liste reingekommen, also seid schon mal gespannt. Mit gefühlt Overlord 2 geht es auch direkt los, da wir bei Skeleton Knight in Another World einen Typen namens Ark haben, welcher sich auf einmal in einem Videospiel befindet, ohne Rüstung safe vom Wind wegfliegen würde und irgendwie zurechtkommen muss. Okay, um ehrlich zu sein, ist auch nur dessen Aussehen und dieses Videospiel-Setting wie bei Overlord, aber mehr gibt es eigentlich nicht wirklich. Was to be honest auch sehr gut ist, da Overlord sehr overrated ist. Der Anime ist auch so ziemlich mehr, als man jetzt erwarten würde, da das Ganze schon eine viel brutalere Fantasy-Welt hat, als man sie jetzt so normal kennt. Ich meine, das sieht man direkt mal am Anfang und anhand so dieser Warnungen. Auf dem ersten Blick scheint das Ding for real wie so ein 0815 Isekai zu sein, vor allem, da wir hier echt nicht so wenig CGI haben, aber einerseits feiere ich Ark's Art, was ist das eigentlich für ein Name, und zudem ist das CGI echt ertragbar, besonders, dass in den Fights jetzt nicht gespammt wird. Und Bruder, diese Anime ist echt komisch, da wir mal ausnahmsweise kein Harem haben. Also irgendwas läuft hier falsch. Statt irgendwie so wirklich die Männerquote des Grauen zu haben, wenn ihr schickt, wie ich meine, haben wir dafür so ein laufendes Fellknäuel, wodurch sogar ein paar lustige Momente zustande kommen. Das Ziel von Ark ist, würde ich mal sagen, auch besonders, da er nicht irgendwie so ein Harem-Sokage oder sowas werden will, sondern basically ist er hier der Antidiskriminierungsbeauftragte, da er die ganze Zeit unterdrückte Spätzchen befreit und generell gegen so asoziale Adlige vorgeht. Der Anime macht halt irgendwie Spaß, und ich denke mal, das ist so die Hauptsache. Das ist zwar wirklich nicht so der Überbrecher, was so Isekais angeht oder generell Animes, aber es ist jetzt auch nicht so komplett arsch. Also für mich so eine 7 von 10. Weiter geht's mit In the Land of Lidale, und kennt ihr das, wenn ihr in so einem Videospiel fertig seid und nur noch so diese Sidequests offen sind? Das ist so circa das Gefühl, was man so bei diesem Anime hat. Hier gibt es halt Keiner, wessen Lebenserhaltungsmaschinen kurz mal keinen Bock haben, also will ich beim Comic-Con Communicate gucken, sodass sie deshalb drauf geht. Darauf findet sie sich halt in der Welt von ihrem Lieblingsspiel wieder, wo, by the way, so 200 Jahre vergangen sind. Irgendwie ist sie hier, by the way, die jüngste Oma der Welt und macht halt nun, wie gesagt, so ihre Sidequests, da sie ja schon eh einer der stärksten in der Welt ist. Ihr fragt euch jetzt sicher, ob das jetzt so ein Anime ist, den man so gut in einer Nacht weggucken kann. Also er hat nur 12 Folgen, aber ich kann da wirklich so sagen, Hölle nein, weil es ist halt so ein sehr episodischer Folgenaufbau, was man sich immer mal wieder geben kann. Also man kann sich immer so drei, vier oder zwei, drei Folgen geben, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht etwas, was man so richtig durchgrunden kann, wenn ihr versteht, wie ich meine. Es ist jetzt auch nicht irgendwie sowas, was man für die Action guckt, sondern mehr, um herunterzukommen. Außerdem ist es mal wirklich eine Erfrischung oder gefühlt eine Innovation, dass wir mal endlich einen Main-Character haben, welcher eine Frau ist, weil sowas Isekais angeht, würden mir wahrscheinlich keine 10 Animes einfallen, wo das der Fall ist. Maximal vielleicht so Saga of Tanja the Evil, Kuma Kuma Bear. Ich glaube so dieser Schwinn Isekai, aber den muss ich noch gucken. Aber sonst glaube ich nicht mehr inklusive dieses Ding. Und Alter, ich liebe es wirklich, wie Kena drauf ist, da sie wirklich so ein bisschen wie ein Psycho wirkt. Und? Wie willst du sie beruhigen? Vielleicht ja so. Naja, das ist für Mut... So, jetzt sind sie ruhig. Dazu ist der Anime generell schon sehr lustig. Und ich find deine Drohung nicht so gut, weißt du? Ah, verdammt, das wirkt belebend. Red nicht wie ein alter Mann, der in eine heiße Badewanne steigt. Für mich ist das Ganze aber wieder mal keine 10 von 10, aber schon so eine 7,5. Bear, 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 Bear. Interessanter Titel schon mal. Jedenfalls gibt es im Furby-Cosplay Isekai namens Kuma 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 Bear, das Mädchen Yuna, welcher als 15-Jährige durch Aktien reicher ist, als 90% der Leute, die Podcasts machen. Also hat sie mit anderen Worten das Real Life durchgespielt, so dass nur noch die Videospielwelt fehlt und sie ist dort generell wirklich brutals gefangen. Macht Ihnen World Fantasy Online mehr Spaß als die Realität? Aber selbstverständlich. Gibt es in der Realität eine Sache, die Ihnen wichtig ist? Geld, denke ich. In ihrer Spielewelt ist sie zwar wie Bartolomeos Bear aus One Piece, jedoch mit zwei großen Unterschieden. Einerseits würde Zorro ein Treffen mit ihr nicht überleben und zweitens kann sie mit ihren Bärenkräften gefühlt alles machen. Also kämpfen, natürlich lebensbedrohliche Krankheiten heilen, aber auch ein Haus bauen. Das Ding ist jedenfalls hier der totale Wohlfühl-Anime, jedoch nicht der brutalste Brecher, welchen man aber auch nicht immer braucht. Ich weiß echt nicht, ob ihr das Cute Girls Doing Cute Things Genre kennt und ja, das gibt es wirklich, ich denke mir das nicht aus, aber diese Anime ist wirklich die pure Definition davon, da alles so viel Good Vibes hat, wenn ihr so checkt, wie ich meine. Ich bin auch ein großer Fan davon, wie Yuna drauf ist, da sie einfach so eine mega coole und lästige Art hat. Ist dieser Anime jetzt FSK 16? Ich heiße Atla und bin die Gildenmeisterin. Leider bin ich zu beschäftigt, um neue Aufträge anzunehmen. Schwer zu glauben, wenn du schon am Mittag säufst. Und dazu noch eine absolute Ehrenbären ist. Außerdem feiere ich das Charakter-Design auch wirklich. Oder eher gesagt, dass so diese Anime einfach eine Madame mit Bären-Techniken hat. Also, wie kommt man darauf? Wie random ist das bitte? Also, okay, es gibt Chika Noko Noko Kostata und so. Also, wenn es das gibt, dann wird es wahrscheinlich auch so ein Anime über Bären geben. So, das macht dann schon Sinn. Aber ihr checkt auf jeden Fall, wie ich meine. By the way, wichtige Frage. Schwitzt sie in ihren Anzug da eigentlich nicht? Und warum hat ihr Anzug eigentlich zwei verschiedene Farben? Also, ich feiere es auch wirklich, dass sie manchmal so Bloody Bear genannt wird. Obwohl das wirklich so ein harmloses Mädchen ist. Wie gesagt, es ist halt wieder so eine 7 von 10. Aber dafür ist es eine gute Abwechslung im Vergleich zu sowas wie Yo, ich bin als OP-Adliger wiedergeboren und stelle mir ein Harem zusammen. Also, ich habe mir auch so ein paar Videos zu guten Videogame-Issekais reingegönnt. Und Bruder, offenbar ist Loko Waisen gefühlt so ein brutaler Geheimtipp. Muss ich hier eigentlich irgendwas erklären? Ja, da ist halt so ein Game. Die Spieler stecken dort drinne fest. Das ist so das typische Szenario, was man so kennt. Dazu wird man in diesen Anime echt reingeworfen. Aber trotzdem checkt man schon irgendwie, was so abgeht. Unser Main Squad besteht hier jedenfalls aus der Brillenschlange Shirou-E, dem menschlichen Schutzschild Naotsugu. By the way, bitte hatet mich nicht. Ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen. Und den obligatorisch coolen Charakter mit Schwert, also Akatsuki. Gibt es eigentlich ein Shonen ohne obligatorisch coolen Charakter mit Schwert? Also jetzt mal ernsthaft. Loko Waisen ist jedenfalls übelstick. Omega nice, weil es einerseits eine gute Animation hat und dazu noch gut lustig ist. Marielle. Na Aotsugu, wie schön. Also benehmt ihr euch wie Tiere, weil ihr eure Mamis vermisst? Bei dem Spruch liest der Kerl sicher zu viele Manga. Das sind für mich so die zwei wichtigsten Aspekte bei einem Anime. Also wirklich jetzt schon brutaler Banger. Ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau, wie es in Sword Art Online war. Also im Sinne von, wie viel von dem Videospiel erklärt wird. Aber diese Sache ist in Log Horizon wirklich unglaublich detailliert, sodass so dieser Videospiel-Aspekt auch komplett ausgeschöpft und auch nicht vernachlässigt wird, wie bei anderen Sachen. Da wir dazu sehr viel, aber definitiv nicht zu viel Erklärung bekommen. In anderen Animes oder Isekais mit so einer Videospielwelt sind dann zum Beispiel die NPCs jetzt auch nicht so wirklich wichtig. Oder die sind jetzt nicht wirklich anders. Aber hier sind die endlich mal relevant, da die selber so gesehen zur Bedrohung werden könnten. Was übelst geil ist und was ich noch nie so gesehen habe. Dazu haben wir auch noch eine Banger-Gruppendynamik. Dicher gibt es auch schönere Dinge, mit denen man Zeit verbringen kann. Zum Beispiel? Hüschen! Dann sind wir ungefähr im gleichen Alter. Das ist ein Witz, oder? Ich meine, du bist doch ein Zwerg. Und endlich mal ein Charakter mit Brille, der Loki ein Badass ist. Und nein, Urio aus Bleach ist kein Badass. In diesem Anime haben wir halt auch wirklich unglaublich geile Kämpfe, aber die sind immer voller Taktik. Und generell würde ich sagen, dass es auch ein sehr taktischer Anime ist, da Shiro-E zum Beispiel stärkere Gilden outsmarten muss, um so gesehen Streitigkeiten und so weiter unter den Spielern zu verhindern. Also ja, ihr seht schon, dass ich diesen Anime definitiv nicht hasse. Im Großen und Ganzen ist der Anime für mich entweder eine 8,5 oder eine 9 von 10. Aber ich glaube, von dem Ganzen gibt es 3 ganze Staffeln, also über 50 Folgen. Und ich habe mir halt erst so 10 gegönnt. Also, ich denke mal, das könnte sogar noch geiler werden. Natürlich könnte es auch schlechter werden, aber wir hoffen mal nicht. An Standing on a Million Lives ist wirklich cool und irgendwie anders. Hier wird nämlich Josuke von seinen zwei Mitschülerinnen in ein Game reingezogen, wo sie einen gewissen Game Master befriedigen müssen, indem sie einerseits in-game, aber auch im Real-Life Aufgaben erfüllen. Und alter, endlich mal ein kreatives Szenario, wie man in die andere Welt kommt. Das Ding ist dabei auch wirklich nice, wie es die Sache mit den Sterben behandelt. Es kommt nämlich nicht darauf an, dass man stirbt, sondern eher, wann man stirbt, spielt eine Rolle, da man immer wieder belebt wird, solange noch eine andere Person lebt. Also ich glaube, hier kommt Josuke's Death-Counter wirklich so ein bisschen an den von Subaru aus Wii Zero ran. Es ist auch endlich mal nice, dass wir ein Anime oder ein Isekai mit Level-System haben, wo die Charakter eher schwach sind, statt irgendwie overpowered. Generell feiere ich auch wirklich Josuke, da ihm so gesehen egal ist, dass er draufgehen könnte, solange es für ihn spannend ist, weil er halt sein normales Leben so hasst. Also seine Adrenalin-Junkie-Art erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Inka aus Fire Force, wenn er schickt, wie ich meine. Dazu ist er wirklich noch so ein bisschen kalt, beziehungsweise low-key ein Sigma. Außerdem finde ich die Kämpfe wirklich überdurchschnittlich nice, da sie durch dieses, yo, du kannst dir mal einen Tod erlauben, auch so einen neuen Aspekt kriegen und so ein bisschen grausamer werden. Aber ich würde jetzt nicht sagen so, dass die Kämpfe so überdurchschnittlich sind, so dass sie mit sowas wie, keine Ahnung, Mushoku Tensei, Wii Zero oder wie auch immer mithalten können. So, das würde ich niemals sagen. Generell ist der Anime für mich so eine 7,5 von 10. Okay, nun kommen wir aber zu meinen fünftliebsten Isekai, nämlich Iksion Saga DT, beziehungsweise der Menschen Transfer. Und Bruder, ey, was soll ich bei diesem Teil sagen? Von der Story ist es, denke ich mal, so der Standard, da es hier oberflächlich um den Zocker Con geht, welcher in sein Game reingezogen wird und darauf sich mit einer Prinzessin inklusive ihres Truppes zusammentut. Gucken wir aber ein bisschen genauer, dann geht es um ein spezifisches Thema, nämlich um Balls beziehungsweise Eier. Es ist wirklich verrückt, aber genau sowas brauche ich. Okay, eventuell war das gerade so ein bisschen out of context. Als Gegner gibt es nämlich einen Typen namens Eric File Dukakis, wessen Name sich entweder wie eine Dinosaurierart anhört oder auch irgendwie sowas in Richtung Erektile Dysfunktion. Dieser trifft halt auf unsere Crew, wo er so als richtig krasser Typ vorgestellt wird. Also selbst Freezer ist dagegen harmlos. Jedoch gibt es noch Con, welcher sein Gegner zwischen die Beine tritt und so verliert Eric File halt einen seiner Eier. Das Lustige ist halt, dass dadurch seine Balance im Arsch ist, also kann er dann zum Beispiel nicht mal mehr mit einem Panzer vernünftig zielen. Ihm wird dann sogar noch das andere Ei genommen, sodass er dann wenigstens eine gute Körperbalance hat, jedoch halt dann keine Eier mehr. Also Korsho Shiro hat vielleicht so jeden Witz geballert, welchen man über das Übervorsichtigsein ballern kann. Und Ixion Saga DT ballert, glaube ich, wirklich so jeden Witz über Eier, den man sich so ausdenken kann. So, dieser Anime ist wirklich so ein komplett krasses Chaos, da zum Beispiel nicht nur Con's Truppe komplett dumm ist, sondern dazu auch noch die Männer von Eric File. Es ist halt wirklich so Idioten gegen Idioten. Beim Gucken hat es sich wirklich manchmal so angefühlt, als würde ich mir gerade Gintama gönnen. Und das ist übelst gut, weil Gintama ist in meiner Top 3. Ich meine, wir haben hier einerseits so ultra viele Anlehnungen an zum Beispiel Fullmetal Alchemist oder auch an die Wii, beziehungsweise den Nintendo DS, welche immer so richtig random und gefühlt ohne Sinn kommen. Oder man kann es einfach nicht voraussagen, dass die jetzt kommen. Außerdem ist die Comedy und generell so die Jokes in diesem Anime, also das ist wirklich so real. Ich feiere es auch so, dass man so keine normale Isekai Fantasy Welt hat. Es gibt halt hier zum Beispiel so Glocks oder Panzer, also es ist wirklich geil. Das Ganze könnte wirklich sogar in meiner Top 20 landen, also in meiner Top 20 Animes of all time. Aber dafür muss ich noch alle Folgen gucken. Und alter, ich brauche mehr davon. Okay, to be honest, es hat zwei Negativpunkte oder das ist eher gesagt so einer. Erstens, es gibt keine deutsche Synchro und zweitens, es gibt auf Crunchyroll nur englische Untertitel. Aber ich finde für die Unterhaltung und wenn man es kann, so geht es klar. Also definitiv eine 10 von 10. Bei Bruder, wie kann etwas so geil sein? Das nächste Ding ist jedenfalls ein Reversed Isekai und stellt euch mal vor, Sylvia aus Konosuba, Astolfo aus Fate und Excalibur aus Soul Eater würden in unsere Welt kommen. Also erstens wäre die Realität dann 10 mal mehr sexy, als sie gerade schon ist und außerdem ist das die Story von We Creators. Dort werden halt so zweidimensionale Magical Girls beziehungsweise obligatorische Schwertdamen zu dreidimensionalen Magical Girls beziehungsweise obligatorischen Schwertdamen. Das Konzept hört sich übelst geil an und das ist auch dieser Anime. Man weiß halt einerseits nicht, wieso diese fiktiven Charakter auf einmal in der Welt sind und zudem existieren natürlich auch Antagonisten in diesen erfundenen Storys, welche dann ebenfalls in unsere Weltissigkeit werden. Also echt keine Ahnung, wofür man Studio Tracker noch so kennt, aber die haben hiermit wirklich gekocht. Besonders beim Sounddesign und den Animationen. Ich glaube von den Kämpfen und dem Viper ist das hier mit den letzten wirklich so das Geilste, da die Stimmung wirklich dauerhaft angespannt ist, was ich wirklich fühle. Außerdem, und das wird 100% ein Hot Take sein, wenn ich mich hier irgendwie falsch ausdrücke oder wenn ich irgendwie falsch verstanden werde, aber am Anfang gibt es halt einen Charakter, welcher sich selber entsorgt und ich liebe sowas natürlich nur in Animes und Manga, da es, also falls es richtig ausgeführt wird, super krass emotional sein kann. Das ist halt die beste Darstellung von Verzweiflung, die man so bringen kann. Dazu feiere ich es, dass die fiktiven Charakter so unterschiedlich sind. Also wir haben hier eine ultra bösartige, dann eine relativ normale, dann das typisch kindische Magical Girl und zum Beispiel noch so ein Mädchen, was so übelst erwachsen rüberkommt. Ich habe mir wie gesagt von allen Animes nur so ein paar Folgen gegönnt, sonst kann ich dieses Video gleich so, keine Ahnung, 20, 29 beließen. Und Recreators werde ich definitiv weiter gucken, weil, sagen wir es mal so, ich lasse mich gerne spoilern und ich habe da schon ein paar Sachen gesehen, die in die blutige Richtung gehen und ich feiere sowas. Generell gibt es irgendwie zu viele Isekais, also, ja, das sollte irgendwie klar sein, aber Bruder, wir brauchen definitiv mehr Reversed Isekais, denn da ist noch so viel Potenzial offen. Für mich eine 9 von 10. Okay, Shangri La Frontier ist jetzt nicht wirklich so underrated oder eigentlich gar nicht, aber ich habe jetzt jedenfalls im deutschen Raum nicht so viel darüber gehört und außerdem schadet ein Anime mehr jetzt hier auch nicht. Abgesehen von Ixion Saga DT, ja, ich bin bei der Sache oder bei dem Anime wirklich ein brutaler Glazer, ist das für mich der beste Anime in diesem Video und Holy ist das geil. Wir haben hier Rakuro, welcher eigentlich nur schlechte Spiele spielt, aber irgendwie dann an Shangri La Frontier gerät. Oh mein Gott, der Anime-Titel wird genannt und dort rasiert er durch seine Erfahrung so ziemlich. Außerdem gibt es noch Rei, welche viel zu kompliziert denkt, sodass sie das Game mit der Dating-Plattform Valorant verwechselt und nun im Spiel Rakuro von sich überzeugen will. El Riss. Und ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen fiktiven In-Game-Hasen so sexy finden würde. Naja, vor dem Anime kannte ich jetzt auch nur so Hasen aus Mario Odyssey, aber joa. Generell ist das Ding wirklich unglaublich sick, besonders durch die Banger-Animationen und durch die Action. Absolut eine 10 von 10, aber natürlich schlechter als Ixion Saga DT. So Leute, falls ihr irgendwie weitere Isekais habt, die wirklich nice sind, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich habe jetzt nicht nur 10 von 10 Animes in diesem Video drangenommen, weil natürlich so Videospiel-Isekais, davon gibt es nicht so viel wie normal Isekais. Macht ja Sinn. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und die ganzen anderen Sachen so, joa. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikövski.